Die natürliche Behandlung der Stirn, vor allem ohne dass die Stirnbereich nach unten absinkt und damit die Augenbrauen nach unten zieht, muss eigentlich in vernünftiger Art und Weise durch einen Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt werden können. Und in diesem Fall führen wir das in der Level 1 Option durch. Level 1 bedeutet nicht nur Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie, sondern aus der Gruppe der Professoren und Privatdozenten. Dazu können wir gerne mehr später erzählen, aber hier erstmal die Behandlung der Stirn. Die Patientin ist zufrieden, die schaut sich das parallel die Behandlung auf einem Spiegel auch an und ich denke, so können wir das Ganze beenden.